Musik Der FC Basel tritt gegen den bulgarischen Rekordmeister ZS. Der Europa-League gegen diesen Gegner noch aus. Die Mannschaft aus Sofia ist aufsässig in der Startphase, lauert auf Fehler im Basler Aufbausch. So richtig gefährlich ist das noch nicht. Aber die Basler müssen Vorsicht warten lassen. Und das war dann die gefährlichste Aktion einer bisher gespielt. Ein schneller Konter, frei mit dem tollen Zuspiel. Milan. Ndoye. Amduni. Auch nichts. Der Tor ist so nicht zu bezwingen. Hier nach 70 Minuten bringen sie den Ball gefährlich vor das Tor. Lopez. Eigentor. Unglücklich zu klären. Tun. Hinter ihm hätte Tufetschitsch gelauert. Der FCB also 0 zu 1 hinten. Und das ist auch nichts. Es ist eine gute Stand ins Rückspiel am nächsten Donnerstag. Die einzige gute. . 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 Und das ist geschlossen, dann. Er ist so gut an tackling, der Referee muss etwas tun tun. Das war ein Dreckiges Herausforderung. Er hat sich die Preis für seine Vorbeheuer. Er wird zu verabschieden, für viele Bookings. Er hat eine gute Hand hinter dem. Und gut aus. Er hat sich gegeben, die Referee eine Entscheidung zu machen. Das ist ein schlechtes Foul. Das wird ein Booking geben. Yellow card. Confident pass. Easy für die Goalkeeper. Passed well. Oh, gut block da. And he fires wide into the side netting. The replay will give us a closer look. Stay on. China. Ja, trailblaza. Der. ckeifert.